Auch um den Buchrhein fanden harte Kämpfe statt und die Soldaten hielten sich in diesen kriegerischen Zeiten an der Bevölkerung schadlos. Dabei benahmen sich die bayerischen und österreichischen Truppen nicht besser als die Franzosen, wie aus dem Bericht eines französischen Stabsoffiziers hervorgeht. Die Bauern hatten sich alle geflüchtet. Ihre Häuser, Scheunen und Ställe waren offen und leer, einige brannten noch und den übrigen stand alle Augenblicke ein ähnliches Schicksal bevor. Am rechten Ufer des Inn bemerkte ich überhaupt, dass der Soldat weit größere Verwüstungen angerichtet, wie an dem Linken geschehen war. Der Soldat findet jetzt allen Talben, wo er hinkommt, die Dörfer rein ausgeplündert, die Einwohner vertrieben. In den Städten klagt man sehr über die deutsche Armee, dass diese Klagen nicht ganz unbegründet sind, sehe ich teils an der Zerstörung, die man an vielen Orten antrifft. Teils an den großen Bündeln geraubten Guts, mit welchen die kaiserlichen Kriegsgefangenen eingebracht werden. Der französische Soldat nimmt dagegen schon längst nichts mehr, was schwer vorzubringen ist. Er hat es dem General Moreau abgemerkt, dass es sehr schnell vorwärts gehen werde und lässt unangerührt, was nicht Kleidungsstücke, die ihn gegen die Kälte schützen, oder Bargeld und Lebensmittel sind.